Nummer 5. Mit dieser großen motorisierten Leinwand müssen Sie nicht mehr ins Kino gehen. Sie können jeden Film bequem von zu Hause aus ansehen. Sie ist auch ideal für Geschäftspräsentationen oder Konferenzen. Dank Ihrer kompakten Bauweise nutzt Sie den Platz optimal aus. Der Vorhang ist aus weißem Netzgewebe gefertigt, um eine hohe Bildqualität zu gewährleisten. Sie kann mit einer Funkfernbedienung bis zu 30 Meter auf, ab und eingerollt werden. Die Maße der Leinwand betragen 203 x 152 cm. Wenn Sie den Preis für dieses Produkt wissen möchten, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung. Nummer 4. Diese hochwertige Projektionswand ist aus weißem PVC-Tuch gefertigt. Es bietet eine Bildgröße von 2,80 x 1,58 Metern. Dank einer Funkfernbedienung bietet sie Komfort und einfache Bedienung. Das Gerät hat ein elegantes und luxuriöses Design mit einem weißen Aluminiumgehäuse, einem 6 cm breiten schwarzen Seitenrand und einem 60 cm langen schwarzen Schirm. Außerdem verfügt sie über einen leisen Motor. Diese 2,80 x 1,58 Meter große, versenkbare elektrische Leinwand ist ideal für luxuriöse Konferenzräume und Heimkinos. Den Link zu diesem Artikel finden Sie in der Beschreibung. Nummer 3. Diese Projektionswand ist 200 x 200 cm groß. Sie eignet sich für Schulen, PowerPoint-Präsentationen oder Heimkino und bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Sie wiegt 13 kg, ist aber aufgrund ihrer geringen Größe leicht zu transportieren. Das Stativ bietet eine ausgezeichnete Stabilität und beschädigt dank seiner Gummifüße nicht den Boden. Das Gefälle der Leinwand kann nach Belieben eingestellt werden, sodass Sie das gewünschte Format festlegen können. Die Farben werden originalgetreu wiedergegeben und wirken brillant. Die Leinwand ist mit allen Projektionsformaten kompatibel. Die Box und der Vorhang sind sehr widerstandsfähig und bieten hervorragende Leistungen. Wenn Sie an diesem Produkt interessiert sind oder den Preis wissen wollen, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung. Am Ende der Videobeschreibung finden Sie den Link zum Produkt auf Amazon. Die Montage erfolgt schnell und einfach, vorzugsweise an der Wand mit Dübeln, je nach Stärke des zu bohrenden Materials. Der Bildschirm funktioniert sehr gut. Dasselbe gilt für die Funkfernbedienung und die mit dem Netzkabel verbundene Steuerung. Der Stoff hebt und senkt sich geräuschlos. Nach dem Auspacken entsteht ein starker Plastikgeruch, der zwei bis drei Tage anhält. In der Praxis ist der Unterschied zur direkten Projektion auf eine weiße Wand minimal. Der Unterschied ist vor allem auf den schwarzen Rand zurückzuführen, der Bilder und Videos besser zur Geltung bringt. Sie können den Preis dieses Artikels sehen, indem Sie auf den Link in der Beschreibung klicken. Nummer 1. Es handelt sich um eine motorisierte Projektionswand mit einer Größe von 300 x 187 cm. Einer Leistung von 40 Watt und einer Spannung von 230 Volt. Sie ist sauber verarbeitet mit schwarzen Rändern an der Unterseite, links und rechts, jeweils 6 cm dick, und eine mattschwarze Rückseite. Es handelt sich um eine hochwertige Leinwand mit geräuschloser Motorisierung und einer Ballaststange, die perfekt in das Gehäuse passt. Sie kann an der Wand oder an der Decke montiert werden und ist höhenverstellbar. Sie ist für alle Arten von Projektoren geeignet. Die IR Fernbedienung bietet Komfort und Benutzerfreundlichkeit. Sie eignet sich perfekt für große Konferenzräume und Heimkinos. Kaufen Sie dieses Produkt über den Link in der Beschreibung.